moin moin leute euch hier freut mich dass ihr wieder mit dabei seid in diesem video heute werden wir mal genauer darauf eingehen wie man vier ganz spezielle crafting rezepte bekommt und zwar die crafting rezepte die man durch prophecies quasi bekommen kann wir haben die zwar mehr oder weniger schon abgehandelt in unserem video über prophecies allerdings wenn man jetzt direkt nach diesen viel crafting material sucht und ich weiß dass man die durch prophecies bekommen kann wird man natürlich nicht ins prophecy video schauen und deswegen wollen wir hier so ein video machen wo klipp und klar erklärt wird wie man suffix cannot be rewrote präfix cannot be rewrote oder cannot be changed multi kraft und ich weiß gar nicht was dafür ist auf jeden fall wie man diese besonderen kraft bekommt denn zumindest der multimod kraft sollte ja bei den meisten so zu einem bei einem von den kraft können die man wirklich immer mal benutzt und deswegen werden wir das ganze mal anschauen man bekommt vier kleine rezepte und dann multimod am ende diese vier kleinen rezepte bekommt man durch diese vier prophecies black mauer andrew in queen an unbearable wispers und the feral lord das sind alles vier prophecy chains wenn man noch mal genau was zu den prophecy chains wissen will dann aber nochmals prophecy video schauen werde ich auf jeden fall auch verlinken man kann die sich natürlich auch ganz einfach kaufen ich war ganz kurz hier einfach black mauer und dann v45 eingeben beziehungsweise unbearable wispers und so weiter und die kann man mittlerweile für ein chaos kaufen ist kein problem momentan und ja im endeffekt gibt es für jedes von diesen prophecies gibt es einen ort wo wir das ganze auslösen mir steht zum beispiel you will enter the plague maus chamber in the crystal veins or crystal or map das heißt wir müssen dann auf eine crystal or map gehen hier müssen wir auf die cemetery map hier müssen wir ins labyrinth deswegen stehen wir auch gerade im labyrinth und hier müssen wir in die mad geysir map und das ganze werden wir jetzt mal fix machen und dann werden wir am ende den boss töten den wir dadurch bekommen und dadurch werden wir den multimod freischalten so wie gesagt für anwärts müssen wir in die letzte chamber vom labyrinth kommen das ganze können wir aber auch auf dem easy labyrinth machen und genau das werden wir jetzt auch machen wir haben das easy labyrinth gemacht wir sind jetzt kurz vor der dritten trial und wenn wir den kurz weg machen und jetzt werden wir sehen in dem raum hier ist jetzt hier so einen tomb sieben war kurz und dann wird hier ein rezept auf dem boden liegen crafting recipe wenn wir darauf klicken und wir sehen okay defixes cannot be changed haben wir jetzt bekommen und wir haben hier ein so ein key das ist im endeffekt ein fragment teil wie auch für die assiri kämpfe oder über assiri kämpfe shaper und so weiter die haben wir alle immer so vier fragments und wir haben jetzt eins davon und wir werden alle vier brauchen um dann das letzte rezept freizuschalten so jetzt werden wir noch mal schauen wir brauchen wie gesagt jetzt eine crystal or map eine cemetery map und eine mad geysir map steht ganz klar hier da dabei ist es egal welches level die hat aber zeigen wir nehmen hier mal level 3 crystal or gibt es auch niedrig auch niedrig und cemetery nehmen wir auch niedrig so jetzt haben wir die drei maps wenn sie ganz normal weiß laufen und wir werden jetzt wirklich nur drauf gehen und die jeweilige prophecy abholen so jetzt sind wir hier anbrüfen queen ist geprockt dann schauen wir über die map wenn das ganze geprockt ist hat es immer jetzt so einen rosa schleier und wir müssen im endeffekt nur eine treppe suchen die sonst nicht da ist schon relativ schnell finden aber an sich könnt ihr das ganze nicht übersehen wenn ihr die map halbwegs normal läuft bei der boss und moment ist nicht in der treppe so haben wir auf der karte markiert töten war und sehen wir wieder einen crafting recipe und der zweite team können wir hier rausgehen weil eine kleine map und machen crystal auf den team legen wollen wir hier hin dass wir die schön sortiert haben so aber hier ist es jetzt auf jeden fall eine treppe wo normalerweise keine ist bin ich mir ziemlich sicher das könnte wirklich überall sein also auch am anfang glaube ich auch noch mal ein bisschen zurück so und genau das hier sind es diesmal die nach unten führen und haben wir hier wieder einen kleinen boss haben wir wieder ein crafting recipe diesmal bekommen wir cannot roll attack mods haben uns den dritten kiem und können wieder rausgehen und jetzt müssen wir nur noch eine map laufen und zwar mad geysir und wir sehen hier die progen glaubt zu 100 oder die progen auf jeden fall zu 100 prozent wenn ihr die richtige map aufmacht und hier ist es wieder einfach ein gegner der random auf dem app steht also wieder auf die karte schauen ob ihr diese x markierung habt sache finden sind wir gerade nicht so ok da ist ein raw so den kann man nicht so schnell down bürsten weil er geht in phase und sehen wir ja haben das letzte rezept cannot roll caster mods so machen wir jetzt hier rüber und jetzt haben wir im effekt alle vier prophecy fans die wir brauchen abgeschlossen und jetzt können wir diese vier keys hier rein legen und können ganz normal ähm portale öffnen genauso wie was mit ähm den sacrifices für alsiri machen würden den mortal fragments für ähm über alsiri und so weiter der boss ist relativ oder der ist wirklich mit vielen bilds einfach ähm im endeffekt wechseln die sich ab mit dran sein und wir müssen immer den angreifen der ähm kein schild hat und dann haben wir hier das letzte rezept und haben jetzt can have up to three crafted modifiers richtigen multimod craft ähm und ja theoretisch wenn man nur den multimod craft haben will kann man sich natürlich direkt diese keystones holen allerdings würde ich es nicht empfehlen weil wie gesagt man bekommt ja auch noch vier andere rezepte ähm und ja wir haben jetzt hier ähm seien wir hier suffix cannot be changed prefixes cannot be changed cannot roll attack modifiers cannot roll caster modifiers und natürlich can have up to three crafted modifiers haben wir jetzt alle freigeschaltet und in unserer crafting bench und ja am anfang in der liga können natürlich die proxys ein bisschen teurer sein beziehungsweise da würde ich sagen ihr holt zu euch selber ähm wie ihr euch die selber farmt ist im endeffekt relativ einfach ähm wenn ihr prophecy plätze frei habt könnt ihr neue prophecies anfordern für ein silver coin bei alva ne nicht bei alva bei navali und dann hatten wir jetzt hier zum beispiel glück wir haben the unbriefing queen 1 bekommen und im endeffekt müsst ihr dann diese prophecy abschließen und dann habt ihr die chance wenn ihr wieder neue prophecies euch holt ähm um the unbriefing queen 2 zu bekommen und das macht ihr dann quasi bis ihr die fünfte prophecy habt und die könnt ihr dann abschließen wie wir sie gerade gemacht haben das wäre die methode wie ihr das ganze macht ohne euch die fünfer jetzt zu kaufen und hier steht es zum beispiel dabei ähm you will encounter spectra of the felschrein runes cemetery map or graveyard map das heißt wir gehen entweder in die felschrein runes das ist in akt ähm 2 rechts das gebiet oder wir machen einfach eine cemetery map oder eine graveyard map auf und danach haben wir dann die chance das war the unbriefing queen 2 bekommen und dann halt 3 4 5 und dann haben wir die fünfer und genau so macht ihr es im endeffekt mit allen fünf verschiedenen mit allen vier verschiedenen prophecy chains ähm es gibt noch prophecy chains also prophecies mit der zahl dahinter ähm die nicht zu diesen vier gehört die geben dann am ende ähm andere rewards aber uns interessieren wirklich ähm die vier die wir am anfang genannt haben unbriefing queen plague maw ähm feralords und unbearable whispers das sind so die vier die wir brauchen damit wir dann am ende ähm alle crafting rezepte quasi freigeschaltet haben ähm und ja das war's im endeffekt schon heute auch mal ein bisschen kürzer ähm hoffe hat paar leuten weitergeholfen ähm wie man die einfach selber schnell farben kann ohne dass ihr jetzt anderen leuten ähm eine crafting fee also eine gebühr bezahlen müsst dafür dass ihr ähm euch solche crafts ähm craften lasst weil die kann man wirklich sehr sehr einfach selber freischalten gerade jetzt zu dem zeitpunkt in der liga und wie gesagt der boss auch mit einem normalen bild ist der kein problem im ja also wer asiri schafft oder so der schafft ähm den pale court auf jeden fall und ja das war's für heute ähm wenn es gefallen hat gerne ein like da lassen gerne auch mal im stream vorbeischauen ähm ansonsten gerne die kommentare schreiben was ihr als nächstes sehen wollt und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten video wieder bis dahin euer shirogi tschüss